So, nochmal zeichne ich ein kleines Video. Wir haben heute den 8. November. Ich schicke euch mal ein bisschen Tapir hier. Ein bisschen von dem hier. Ein bisschen von dem hier. Ein bisschen von dem hier. Können wir es sehen? Ja, das ist Kalawarkes. Drei Uhr nachmittags. Mitten im November. Da hinten sitzt der Tito. Da hinten sitzen übrigens Patex und Kai. Angeln. So. Und weil wir nicht mehr lange hier sein werden, werden wir jetzt ziemlich bald ins Winterlager überwechseln. Wenn es heute so schön leer ist und wenn niemanden stört, wollte ich euch gerade mal die Höhle zeigen, wie im Moment unser Wohnzimmer ist. Wo wir uns immer wieder treffen. Gemeinsam essen, kochen. Ameisen. Hier wissen wir wahrscheinlich auch schon, wo es Futter gibt. Die Straße endet wahrscheinlich in irgendeiner unserer Vorratstüten. Ne, hier ist schon nichts mehr. Ja. So sitzen wir hier abends sehr gemütlich. Ich guck mal, wie weit man reingehen kann. Dass man auch was sieht. Also hier gehe ich irgendwann mal mit der Kamera rein. Da hinten rein geht es noch gute 40, 50 Meter. Und dann hat man eine richtig schöne offene Höhle. Und das zappenduster ist. Kein Licht, aber wenn zu, natürlich. Und Wasser. Süßwasser. Ich finde es immer noch so was von traumhaft hier. Ja. Wollte ich euch mal zeigen. Und dann schauen wir wieder mal. Und dann gehen wir mal. Ich bin. Alter. Ich bin.